Musik Herzlich Willkommen zu meinem Ranking der 5 schlechtesten deutschen YouTuber Platz Nummer 5 Beleg dabei der wohl nervigste halbnackte Hamburger aller Zeiten Alberto Sohn Wenn jemand mit schnellen Schnitten und zu viel nackter Haut stört dann jawohl er Auch nerven mich seine ständigen Anspielungen auf Masturbation und seine Billigwitze welche er von diversen Seiten im Internet kopiert und durch ihr Alter schon längst sämtliche Puente eingebüßt haben Jedenfalls bin ich im Großen und Ganzen der Meinung dass man auch schlecht sein kann ohne die ganze Zeit auf sein T-Shit zu verzichten Muhahaha kommen wir zu Platz 4 Muhahaha Diesen sichert sich Kelly von Mrs.Flock Ich dachte mir einfach mal dass ich das Thema Gleichberechtigung auf ein neues Level bringe und auch eine Frau mit ins Ranking nehme Muhahaha Jedenfalls glaube ich dass sie eine Frau ist nun ihr wollt sicherlich eine Begründung warum sie im Ranking nur Platz 4 belegt Naja ich dachte wer so unnötige und langweilige Videos macht dem reicht auch ein schlechter 4. Platz Muhahaha Kommen wir nun zu unserem dritten Platz und langsam wird es auch schon echt spannend Also den dritten Platz sichert sich definitiv Alexi Bexer es gibt kaum einen YouTuber der sich so oft für Apple Gerätschaften verkauft wie er und das obwohl Apple nur für Mädchen ist Muhahaha Ich werde oft gefragt warum ich ihn so hassen würde Nun ja ich habe nichts speziell gegen ihn aber dafür habe ich etwas gegen seine Videos die sind nämlich schlecht Muhahaha Nein ernsthaft es hätte auch jemand anderen treffen können aber er hat mich bis jetzt eben noch nicht blockiert weshalb er auch den ein oder anderen Kommentar von mir bekommt Nun wünsche ich etwas Trommelwirbel für unseren zweiten Platz diesen sichern sich nämlich die Außenseiter mit ihrer äußerst langweiligen KB Show welche nahezu ganz YouTube flächendeckend einschläfert Wahrscheinlich braucht man schon einen ganz speziellen Gendefekt dass man über ihre Show lachen kann da sie so unlustig sind wie Gürtelschnallen Jetzt kommen wir aber zur unangefochtenen Nummer 1 Keoma02 ein relativ unbekannter YouTuber welcher auch des öfteren mal deftig gehartet wird und das so recht wie ich finde Er heftet sich schon seit Jahren an den Fame anderer YouTuber und bleibt trotz dessen ziemlich erfolglos wie seine Klickzahlen beweisen für einen mit 30er seit über drei Jahren schlechte peinliche und langweilige Videos hochladen verdient jedenfalls ganz sicher den ersten Blatt Muhahaha Ich hoffe es hat euch nicht gefallen Also gebt mir einen Daumen runter PS eure Videos sind schlecht Muhahaha das war annen uns zu late man und dann ja